Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Wir befinden uns auf der Kinder- und Jugendfarm Neuraubing. Wir starten heute mit unserem neuen Lernen durch Engagementprojekt und zwar dem AKB Schafstall. Also beginnen ist das falsche Wort, Planung und Vorbereitung und alles ist schon seit Wochen am Laufen, aber heute fangen wir mit unserem ersten Praxistag an. Wir erstellen heute die Schalung für die Bodenplatte und die bewähren wir auch und am Freitag kommt dann der Transportbeton. Den werden wir einbringen, verdichten und nachbehandeln, ganz genau. Das sind die ersten zwei Praxistage und dann fangen wir im Juli an zu mauern. Weitere Infos folgen natürlich mit ein paar kurzen Videos. Bleibt gesund, passt auf euch auf, ciao, ciao. Ganz schön heiß ist es heute. 30 Grad im Schatten, die Sonne knallt. Wir haben zum Glück hier einen Pavillon, der uns ein bisschen in Schatten gespendet hat. Die Schalung steht, die Bewährung liegt, alles verbunden. Wir sind bereit. Am Freitag kann der Pfarrmischer kommen und dann wird eingebracht, verdichtet und nachbehandelt. Alles klar, wir freuen uns.